Mein Name ist Humaira. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin ein großer Fan deines YouTube-Kanals. Ich komme aus Bangladesch und lebe im Distrikt My Menzing. Ich möchte eine Horrorgeschichte teilen, die mir passiert ist. Diese Geschichte stammt aus der Zeit, als ich 10 Jahre alt war und in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, lebte. Damals lebte ich mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern in einer Wohnung. Sie hatte zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche und einen Balkon. Die Wohnung war etwas klein für unsere Familie, aber aufgrund einiger finanzieller Probleme mussten wir uns arrangieren. Eines Tages kam mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, zu uns nach Hause, um uns zu besuchen. Er kam am Nachmittag und verbrachte einige Zeit mit uns. Wir plauderten und schauten fern, aber es wurde Nacht und gegen 20 Uhr begann ich müde zu werden. Ich musste um 36 Uhr aufstehen und zur Schule gehen. Ich war ziemlich faul und ging immer um 20 Uhr schlafen. Also wie immer saß ich nur vor dem Fernseher und begann einzuschlafen. Genau als ich eingeschlafen war, hörte ich meine Mutter zu meinem Onkel sagen, dass er für die Nacht bei uns bleiben solle. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Zeit, aber es war ungefähr Mitternacht, als ich aufwachte. Ich war in dem Schlafzimmer meiner Eltern eingeschlafen. Aber meine Mutter hatte mich nicht geweckt und ließ mich einfach dort schlafen, während sie neben mir schlief. Mein Vater und meine Brüder müssen in dem anderen Zimmer geschlafen haben. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber ich konnte nicht und wusste nicht warum. Ich sah mich um. Und da die Tür offen war, konnte ich einen großen Schatten am Ende des Flurs sehen. Es gab einen langen Korridor zwischen dem Raum, in dem ich war und wo er stand. Und der Schatten lugte um die Ecke, als würde er mit mir spielen. Ich hatte Todesangst, aber ich wollte meine Mutter nicht wecken. Da er über Nacht bleiben sollte, dachte ich, es müsse mein Onkel sein. Es ergab nicht wirklich Sinn, dass er um Mitternacht den Flur hinunter starrte. Aber ich dachte einfach, es sei er, da das am plausibelsten schien. Sobald ich beschloss, dass er es sei, hatte ich keine Angst mehr und schlief dann wieder ein. Obwohl der Schatten nie aufhörte, den Flur hinunter zu starren. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich dachte, dass dieser Schatten mein Onkel sei. Aber wie sich herausstellte, als ich am nächsten Morgen aufwachte, ist mein Onkel tatsächlich nicht über Nacht geblieben. Ich hatte solche Angst. Bis heute weiß ich nicht, was es war, das mich in jener Nacht von unten im Flur aus anstarrte. Das ist das erste unheimliche Erlebnis, das mir je passiert ist. Ich war damals zwölf Jahre alt. An Montagen endete der Unterricht um 17 Uhr. Ich mochte das überhaupt nicht, weil es so spät war. Und ich war auch damit beauftragt, zusammen mit einigen anderen Kindern aus meiner Klasse das Klassenzimmer zu säubern. Deshalb war es normal, dass ich um 17.30 Uhr noch in der Schule war. Ich ging auf eine private katholische Schule und neben unserem Schulhof gab es ein Tor. Und dahinter war der Ort, wo Nonnen und Priester untergebracht waren. Es war alt, rostig und hatte graue Betonmauern. Die Leute liebten es, Gerüchte darüber zu verbreiten, dass dort, da es so alt sei, einige Nonnen gestorben seien. Unser Klassenzimmer befand sich im dritten Stock. Die Flure waren wie Terrassen angelegt, sodass man von oben einen Blick auf die Schule werfen konnte. Direkt vor unserem Raum konnte man das Haus sehen, in dem die Nonnen und Priester lebten. Damals habe ich dem keine Beachtung geschenkt. An einem Nachmittag war es bereits ziemlich dunkel. Es war fast 18 Uhr, wenn ich mich recht erinnere. Während die anderen im Raum sauber machten, ging ich in den Flur, um unser Fenster zu putzen. Ich machte eine Pause und drehte mich um. Ich wollte mich ausruhen und lehnte mich an das Geländer unserer Terrasse, während ich den bereits dunklen Himmel betrachtete. Als ich meinen Blick wieder auf das Haus richtete, sah ich dort etwas direkt vor dem Haus. Eine Gestalt. Man konnte wirklich nichts erkennen, außer der Form, die menschlich aussah, aber von einer weißen Decke verhüllt war. Ich runzelte die Stirn und fand es etwas seltsam. Dann hörte ich die Tür unseres Klassenzimmers öffnen und drehte mich um, um meine Freundin, die wir Carrie nennen, werden zu sehen. Carrie, schau mal! Flüsterte ich ihr zu und deutete nach unten, wo ich die seltsame Gestalt gesehen hatte. Ich schaute schnell zurück und sah, dass sie verschwunden war. Das war der Moment, als mir ein Schauer über den Rücken lief. Sie war da. Warum ist sie verschwunden? Was ist los? Fragte Carrie mich und riss mich aus meinen Gedanken heraus. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich ihr gesagt habe, dass ich etwas gesehen habe, oder ob ich es einfach abgetan habe, weil alles, woran ich mich erinnern kann, die Angst ist, die ich gespürt habe. Aber auf dem Heimweg war ich so verängstigt und verwirrt. Was war das für ein Ding? In der nächsten Woche, als wieder Montag war und ich als Reinigungskraft eingeteilt war, schaute ich dorthin, wo ich diese Gestalt gesehen hatte. Und da war nichts. Bis ich zum Fenster schaute und sie wieder sah. Ich konnte kein Gesicht erkennen, nur eine Gestalt, die von einer weißen Decke umhüllt war. Ich wollte es nicht noch einmal meiner Freundin zeigen, also schwieg ich und rannte zurück in unser Klassenzimmer. Das Geplapper meiner Freunde beruhigte mich irgendwie. Bis heute weiß ich nicht, was das für eine Gestalt war. Aber jedes Mal, wenn ich an die Gerüchte über das Haus denke, kann mein Hirn nicht umhin zu denken, dass es vielleicht eine der verstorbenen Nonnen gewesen sein könnte. Mein Name ist Abby und ich bin jetzt 18 Jahre alt. Diese Geschichte, die ich erzähle, ist nicht meine, sondern die meiner Mutter. Auch wenn es mir nicht passiert ist, kenne ich die Geschichte gut. Im Jahr 2005 lebte meine Familie in einem sehr freundlichen Dorf. Es war sehr friedlich und da es in Malaysia liegt, gibt es in unserer Nachbarschaft viele verschiedene Kulturen. Meine Großmutter sagte meinen Eltern einmal, sie sollten eine Knoblauchzehe an ihrer Haustür hängen, wann immer meine Mutter schwanger wurde, um böse Geister daran zu hindern, ins Haus zu kommen. Sie vergaß nie, sie daran zu erinnern und sie taten, was sie sagte. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass sie nie genau sagte, was passieren könnte, wenn sie den Knoblauch nicht aufhängen würden. Schließlich starb meine Großmutter 2003 an einer Lungenerkrankung. Die Zeit verging und nach zwei Jahren war meine Mutter mit mir schwanger. Eines Nachts, als meine Mutter im siebten oder achten Monat schwanger war, ging sie in eine Klinik, um einige Untersuchungen mit mir durchführen zu lassen, und ließen meine Brüder bei unserer Haushälterin, nennen wir sie Siti. Siti war die Haushälterin meiner Familie, seit meine Großmutter gestorben war. Sie war sehr erfahren und kümmerte sich gut um meine Brüder. Meine Eltern kamen spät nach Hause und fanden beide meiner Brüder schlafend vor, also gingen sie früh ins Bett, weil sie beide von der Klinik müde waren. Mitten in der Nacht wachte meine Mutter plötzlich auf und war schweißgebadet. Sie sagte, es war, als hätte sie eine Schlafparalyse. Sie konnte ihren Mund nicht öffnen, aber sie konnte ihren rechten Arm bewegen. Sie hatte zu viel Angst, die Augen zu öffnen, aber sie fühlte, dass sich etwas auf sie zugewegte. Langsam öffnete sie die Augen und sah ein Krasu, auf Malayisch nennen wir das Penangal, ein mystisches Wesen. Es manifestiert sich oft als eine junge Frau, normalerweise schön und jung. Das Wesen soll angeblich Blut trinken und Föten aus den Gebärmüttern schwangerer Frauen essen. Da meine Mutter verletzt war, als sie mit mir schwanger war, verlor sie viel Blut, und das Wesen konnte es aus großer Entfernung riechen. In Panik weinte meine Mutter und versuchte, meinen Vater zu wecken. Sie schüttelte meinen Vater heftig, aber er wachte immer noch nicht auf. In diesem Moment betete sie, um ihr Leben und das ihres Kindes zu retten. Das Wesen kam näher, aber es stoppte, als es beinahe meine Mutter erreichte. Als sie ihre Augen öffnete, war das Wesen verschwunden, und sie konnte sich endlich bewegen. Sie sah Siti an der Schlafzimmertür, die einen Koran in der Hand hielt, und einige Gebete rezitierte. Siti schaltete das Licht ein und beruhigte meine Mutter. Sie weckte auch meinen Vater und erzählte ihm alles. Zuerst glaubte er es nicht, aber sobald er sah, wie traumatisiert meine Mutter war, begann er ihr zu glauben. Siti beruhigte meine Mutter und rezitierte weitere Gebete, um sie vor den bösen Geistern zu schützen. Als sie aufwachte, fühlte es sich an wie ein Albtraum, aber bald setzte die Realität ein, als sie eine Blutspur von der Haustür bis zu ihrem Bett sah. Dann erinnerte sich meine Mutter daran, dass meine Großmutter ihnen immer gesagt hatte, eine Knoblauchzehe an die Haustür zu hängen. Siti erklärte ihr, dass dies dazu diene, das Wesen daran zu hindern, das Blut und die Schwangerschaft zu riechen, da Knoblauch einen stärkeren Geruch hat. Nach diesem Vorfall beschloss Siti, in ihre Heimatstadt in Indonesien zurückzukehren. Vielleicht war es auch für sie traumatisierend. Es hat mir wirklich Angst gemacht, als ich davon erfuhr. Selbst als ich das alles niederschrieb, bekam ich immer noch Gänsehaut. Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber ich bin mir sicher, dass Siti es war, die das Wesen verscheuchte. Wer weiß, wenn Siti nicht da gewesen wäre, bin ich mir nicht sicher, ob ich heute hier wäre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.